Mark Keller ist voll und ganz von Let's Dance vereinnahmt. Die RTL-Show beansprucht seine gesamte Zeit und andere Engagements müssen warten. Der Bergdoktor-Star zusammen mit Katrin Menzinger im Team Hollywood aktiv jagt in der RTL-Show nach Punkten. Sein dicht gedrängter Trainingsplan lässt wenig Zeitraum für zusätzliche Verpflichtungen. Selbst für tanzbezogene Projekte bleibt keine Zeit. Als er für ein Tanzvideo seiner Söhne ausfiel, sprang RTL-Ikone Frauke Ludowig ein. Unter dem Namen Los Kelleros sind Joshua und Aaron Keller bekannt und schätzten nun Ludowigs Engagement in seiner Abwesenheit. Währenddessen auf dem Tanzparkett, Mark Keller und seine Partnerin erzielten mit ihrem langsamen Walzer moderate 16 Punkte. Lob kam von der Jury, die besonders Kellers Charme und Hingabe betonte, obwohl es Anmerkungen zur Haltung gab. Bleibt die Frage nach Kellers Rolle beim Bergdoktor. Sollte er bei Let's Dance weit kommen, könnte seine Präsenz in der 18. Staffel der ZDF-Serie geringer ausfallen, da sich die Dreharbeiten überschneiden könnten. Fans und Produktion warten gespannt, wie sich Kellers Tanzabenteuer auf seine Schauspielverpflichtungen auswirken wird.